Jetzt ist Kaffeepause. Ich hoffe, Sie mögen die Show. Ich hab was für Sie. Sau-Susan hatte einen Prolabs. Loslassen. Hoffentlich kommt das Zeug nicht wieder raus. Dexter hat Susan auf der Leistungsschau präsentiert und sogar verkauft. Er hat ganz gut an ihr verdient. Schon gewusst? Das Quieken eines Schweins ist bis zu 115 Dezibel laut. Unangenehm fürs Trommelfell. So laut wie eine Concorde. Passt, John. Sie können Dr. Pohl alles fragen. Daryl O., hatten Sie schon mal Angst vor Tieren, die Sie behandelt haben? Wenn Sie gefährlich sind, stelle ich einen Zaun zwischen mich und das Tier. Schnell weg! Und ich habe ein Fluchtauto. Nächste Frage. Sherry M., was ist Ihre Lieblingsfarbe? Sie tragen viel Blau. Die Crew möchte, dass ich Blau trage. Meine Lieblingsfarbe ist Gelb. Ich bin farbenblind. Gelb ist hell. Das gefällt mir. Wie weich? Auszeit! Eine Spinne? Jetzt schwimmt sie in einem Kaffee. Zurück zur Kaffeepause. Gleich kommt Jeff vom Wild Pumpkin Patch zu uns. Das ist ein Streichelzoo. Er hat Izzy dabei. Izzy ist eine betagte Dackeldame. Sie hat eine ganz besondere Aufgabe auf der Farm. Sie kümmert sich um Jungtiere, die noch nicht allein zurechtkommen. Vor allem um Babyziegen. Neugeborene Ziegen sind kraftlos. Sie hilft also der Mutterziege, die Kleinen auf die Beine zu bringen? Genau, sie ist toll. Haben Sie ihr das beigebracht? Nein. Woher weiß dieses Tier, dass die kleine Babyziege Hilfe braucht? Sie weiß es einfach. Hunde sind schlau. Wie alt ist sie? Sie ist 8,5. Nicht schlecht. Sie hat noch ein paar gute Jahre auf der Farm vor sich. Schön, dass Sie hier waren. Danke. Tschüss. Ende Gelände. Teil golpe. Teil abre. Teil abre.